Hallo? Mama, der Ropa ist im Krankenhaus. Was? Wieso? Er hat gesagt, ich soll seinen Finger ziehen. Oh, boah, ziehen wir mal bei meinen Fingern. Lass los, boah! Hoppe! Hoppe! Ja! Ich schalte gut, Ropa. Hey, die Ambulanz aufuhr! Ja, hallo, der Ropa hat die Scheiß. Wieso hast du ihn zu suchen? Ja, Herr Durkman halt. Na!